Dieses Video kann man als Teaser oder Einführungsvideo bezeichnen und zwar zum Thema chronische Wunden. Alles zum Thema ambulante Pflege findest du hier bei Ambulant Bloggt. Dein Pflege- und Gesundheitsblog im Netz. Wir werden uns den kompletten Februar nämlich mit dem Thema chronische Wunden befassen, euch ganz viele Wundversorgung zeigen, ganz viel Hintergrundinfos liefern und wir versuchen halt ein breites Spektrum in dem Bereich abzudecken und ja, im Prinzip... Äh, eine Definition? Guter Einwand. Hier die Definition einer chronischen Wunde. In der Fachliteratur besteht weitgehende Einigkeit, Wunden dann als chronisch zu bezeichnen, wenn diese innerhalb von vier bis zwölf Wochen nach Wundentstehung, hier spielen Wundart und Kontextfaktoren eine bedeutende Rolle, unter fachgerechter Therapie keine Heilungstendenzen zeigen. Abschließend sei noch gesagt, wenn ihr kein Video aus dieser Reihe verpassen wollt, könnt ihr den Kanal natürlich abonnieren und ich sag bis dahin!